Lode bietet eine schlüsselfertige Lösung für die kardiologische Reha. Diese Lösung besteht aus benutzerfreundlicher Software, kompakten kabellosen EKG-Streamern und äußerst zuverlässigen Lode-Ergometern und Laufbändern. Der Lode Cardiac Rehab Manager, auch LCRM genannt, unterstützt Therapeutinnen und Therapeuten bei der Durchführung von Reha-Training in einer kontrollierten Umgebung, die auf die Bedürfnisse jedes einzelnen oder einer bestimmten Gruppe von Patientinnen und Patienten zugeschnitten ist. Therapeutinnen und Therapeuten können während des Trainings eine klare und nützliche Übersicht über alle Patientinnen und Patienten festlegen. In dieser Übersicht können sie den körperlichen Zustand der einzelnen Patientinnen und Patienten kontinuierlich überwachen und das Trainingsniveau individuell anpassen. Der LCRM dokumentiert alle relevanten Daten wie EKG, Blutdruck und SBO2 und liefert jederzeit individuelle Berichte zur Analyse. Die maßgeschneiderten Trainingsprotokolle, der systematische Workflow und die dokumentierten Trainingsdaten ermöglichen es Therapeutinnen und Therapeuten sich auf das Wohlbefinden von Patientinnen und Patienten während des Trainings zu konzentrieren. Lode Cardiac Rehab Manager – die schlüsselfertige Lösung für die kardiologische Reha. Beide Conec. 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 Beide Conec.